ja da gab es so eine gestalt sie lief mal durch den wald und als ja noch der freddy kam gab es einen großen knall auch der rahman ist dabei ja jetzt sind wir vereint der lahm ist gut der lahm ist gut der ist jetzt im wald der lahm ist gut der lahm ist gut der lahm ist gut der ist jetzt im wald yey geht der einfach fressen leute ich hake es glaube ich hake diese zelte halt nur vor einer nacht wirst du wart leute wenn der grad eh auf wenn der grad eh auf essen erholen ist gehe ich kurz pissen bis gleich so leute ich hatte leider ziemlich druck aus dem arsch tut mir leid ich habe mich gerade gewundert wo bist du hopst hier so in der ecke ich hatte dazu beim lachen ist beim lachen so schmerzhaft manchmal sorry aber ich hatte leider ziemlich druck auf dem arsch da musste was raus so wie immer was machst du denn da tippen schritte komm mal her ja warum bleib mal stehen ja wo bist du denn was machst du warte ich mir was versuchen willst jetzt irgendwie wieder ein feuerzeug in meine nase reinschieben oder was ne ne ich will auf den wagen drauf guck mal du sollst nicht auf den wagen drauf gehen du sollst produktiv sein und auch was holen ich bin sehr produktiv ich bin produktiv ja richtig du bist einfach moralischer beistand mit was anderes kannst du nicht oha das ist nämlich persönlich ja das solltest du auch jetzt weißt du worum johanna nix von dir will hä nix alter unfällbarer baum ach geht doch man kennt sie ja ich hab's dir mal gegen geschlagen nix passiert ja ich hab's dir mal gegen geschlagen nix passiert ok liegt einfach ein baum schon im baumstamm ja gut nehm ich was du denn ach da hast der scheiße wagen wagen ist glaube ich voll warte noch drauf was geht warte 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 wir fällen mal an den baum dann gucken wir mal aber ich glaube sollte voll sein fahr schon mal hoch und gut ist ja fahr hoch jonge müsste voll sein ja warte Leute ihr müsst verstehen wir nehmen das video hier also wir nehmen die ganzen videos nehmen wir alle gerade zurzeit an einem was haben wir am mittwoch? ja ne? an einem mittwoch auf aber ähm ja wenn ihr die siehlt haben wir wahrscheinlich wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag oder so wenn das erste Video erscheint ähm was ich noch sagen wollte wundere dich nicht ich muss um 0 Uhr meinen großen Bruder anrufen der hat morgen Geburtstag ja ich weiß ja nicht wie lange du kannst ich hab Naomi gesagt yo äh telefonieren ist in Ordnung äh ich zock aber halt so lange wie Justin kann mit dem The Forest weil wir halt echt beide Bock drauf haben und so weil du ich bin ehrlich so Leute ihr wisst selber ich Fortnite ist mein Leben und sowas und ich würd das niemals deinstallieren oder so ohne Grund ähm aber das macht mir einfach keinen Spaß ich es macht mir zurzeit keinen Spaß das Game zu spielen mir macht zurzeit wirklich einfach The Forest Spaß deswegen hab ich ja auch mit Justin gesagt lass mal The Forest let's play machen und so das macht einfach am meisten Spaß grad zurzeit mir persönlich vielleicht geht's Justin genauso ich mein der spielt sowieso kein Fortnite aber trotzdem ausgelutscht ohne Ende ist Fortnite mittlerweile ja das Ding ist halt bei solchen Spielen ähm nicht die Entwickler selber machen dieses Spiel so kaputt sondern die Community dadurch dass die Community sich so gegenseitig immer auseinander nimmt das ist das Problem dadurch wird das wird dieses Spiel ja dadurch nimmt sich das Spiel halt selber hops und äh was auch viele nicht verstehen ist halt Leute das ist genau das Problem hat Minecraft auch mittlerweile dass sich jeder da auseinander in der gegeneinander äh durch die Gegend zieht was jetzt besser ist Java oder Batrock da denk ich mir Leute ist doch scheiß egal ich spiel alle das gleiche Game fuck doch drauf auf welcher Plattform ja ist doch so ich hab letztens so ein Video gesehen da hat jemand richtig gut editiert da hat er ganz nah an Batrock rangesoomt und auf einmal waren da ganz viele Nokia 3410 ja ich weiß am Ende ist es einfach wirklich so stell dir das vor ja das ist ja irgendwie sad ich mein das würde Sinn ergeben warum Batrock dann unser Störber ist aber Ironics will mich verarschen warum du musst verstehen ich hab mein Ladekabel im Krankenhaus vergessen vom Handy ja aber ich hab zum Glück noch ein Ersatzladekabel aber mein altes was ich vergessen hab war sowieso am Arsch ne hab ich dann bei Ironics eingegeben Samsung Galaxy S8 Plus Handy Ladekabel weißt du was da kam nein Nokia Handys da hab ich mich echt verarscht gefühlt da dachte ich mir so hab die keine Ladekabel oder was ist kaputt mit euch alter verkauft mit Autos aber hat keine Ladekabel ok hm ja die verkaufen Autos irgend so ein komisches scheiß E-Auto achja der Saturn verkauft ja auch dieses Elektromotorrad mhm keine Ahnung davon weiß ich nix ich weiß nur dass die Ironics mittlerweile Autos verkaufen weil ich ja bei einem auf der Baustelle so ja ich trage immer meine Axt ab ja ich trage immer meine Axt ab mit Federn oder was nein willst du auf Damage gehen ja ja ich geh auf Damage was brauche ich denn Zähne ne Zähne und Baumharz oder warum Zähne und Baumharz so war das Zähne und Baumharz ich hab einfach noch 16 Baumharz und 17 Zähne kombinieren die Axt wird gleich voller Zähne sein ja nebenbei esse ich Baconchips ja also ich hab meine jetzt so hochgepeppt wie geht ich hab halt kein Baumharz mehr ich hab noch 10 doch ich hab noch Baumharz aber keine Zähne ja egal mach ich halt so Steine hab ich noch 11 kleine Steine kannst du ja nicht drauf packen ne ne bei mir ist sie schon fast bei 50% oder bei über 50% vom Schaden ist bei 50% ist bei mir über 50% und ich hab nicht wohl aber ich hab auch zwei Federn ran geklattet sodass die wenigstens ein bisschen schneller ist Och hier ist ein Willi Hallo der hat CD's der hat CD's als Dingens der Willi bleib stehen komm zurück Aua wo ist Willi bei mir komm her Lauf nicht weg mein Freund ah hier ist auch noch eine Willi Frau hier ist noch Helga 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 ist tot oh ein Baumharz lol Willi hat grad Helga gezogen ja Willi wollt grad Helga retten ich glaub Willi und Helga gefällt nicht dass wir hier nisten ja keine Ahnung jetzt sind beide tot Fleisch Knochen Hä? Helga? ah ich kann Helga nicht aufheben alles klar ja dann mach ich sie halt zu Fleisch ach die lebt noch die ist grad einfach wieder aufgestanden nachdem ich die nochmal drauf geschlagen hab hm was los mit ihr was los mit ihr ja egal ich hab Willi aufs Feuer geschmissen heißt Helga mach ich zu Fleisch ach hier kommt sogar noch ein Willi die wissen dass wir hier sind hab ihn dann pack ich Helga erstmal auseinander pack ich dann pack ich Pessen davon und das Zeugding dran und den Rest im Fall wird's verbrannt lass die Knochen bitte mir ich hab null Rüstung stark ja man ja man ne ich hab einfach nur noch den Kopf dranhängt also ich muss sagen Alter die Echsen die sind echt sehr sehr lecker hast du nen Hasen gefressen? ojo alter was ist denn hier was halten hier so für ein scherlich der Gegend der ist zwar echt intensiv was? ja dieser hallende Schrei grad Junge tschüss ich ich kann diese noch gut schlafen man ja manchmal sind die schreie echt krank kannst du auch vielleicht einen Baum stellen bei dem die es mitnehmen wenn du schon nen Baum abbaust ich hab mich um den Mini geguckt ja unverbrennst das war halt so der Vorteil an der alten Basis man hatte direkt Wasser bei sich komm mal hier mein Freund oh achso ich kann das gar nicht kombinieren sonst hätte ich Rüstung gegeben ja lull wolltest du noch Knochen haben? ich hab noch Bier mhm alles gut alles gut alles gut ich kann mal ein bisschen runter gucken Digga du sollst das Haus fertig stellen Justin ich glaube ich hab das Problem gefunden warum hier Willis sind weißt du ja komm mal hoch Digga ich bin grad runter also 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 ich mein also vielleicht also vielleicht auch ganz nur nur ganz vielleicht haben wir einfach gegenüber von uns ein Dorf nur ganz vielleicht nur ganz ganz vielleicht egal haben wir unendlich Rüstung farmen Digga let's go scheiße haben wir halt wirklich ja dann mal hingehen und das looten gerade ja dann pack ich dann pack ich ja warte ich ich komm jetzt auch ich hab auch schon ein Benzinkanister ich hab zwei ja ich jetzt auch ist absolut gar nichts doch so da eine Flasche und Seile die ich eh nicht aufheben kann und ein Vogel den ich gerade erledigt habe Pilze oh das war ein Fliegenpilz es ist ein es sind zwei Häuser willst du mich verarschen oh hier ist eine Falle oder ist das eine Falle was ne ist doch keine Falle naja hier haben bestimmt Willi und Helga gewohnt wir haben etwa unsere Nachbarn erschlagen guck mal wie grausam wir sind ja Amerika aber ich schwöre dir das mit dem Wasser könnte noch echt ein Problem werden ne ich hab noch genug Soda 38 Scholz noch ich hab 6 Soda ich habe auch 6 ja komm ja komm boll mir fängt ich bin ja auch schlau boll mir fällt man mit womit hast du denn dagegen geschlagen mit der Kolbe stark Bro hast du eine Städtele T1 nein also ja aber nicht auf der Playstation ich weiß nicht ob die Kacke ich weiß nicht ob die Kacke Crossplay hat ich glaub nicht sonst hätte ich gesagt können wir auch mal so ein Battlefield 1 Video machen seh du sollst das nicht da runter nehmen du sollst das da drauf tun ich hab aus Versehen x gedrückt ich hab aus Versehen x gedrückt Mama Mama auch seit der Baum er hat schon ein Idiot dran gehockt Besser Idiot wie im Game genau so auszusehen wie in real life ey ich seh nicht aus wie so ein doch du feckst ne Brille und bist dumm ja aber ich bin kein Inder das hat damit nichts zu tun mein in game character ist ein Inder egal euer Elite war ein toter Vogel lol ist full ja komm dann lass ja ich auch ich hab auch zwei Holzstöcke noch ja ok das mit dem Haus ging jetzt schneller als ach einfach runtergefallen wie kann man so dumm sein willst du etwas was du nie gesehen hast ich hab's nicht gesehen ich hab's leider nicht aufgeband geil bin ich froh drum genau das war nämlich meine Panik mhmhm da stehst du im Weg Junge wie bist du so wieso bist du so fett du schiebst mich weg doch nicht so fett wie gedacht doch nicht so fett wie gedacht das größte Lauch das größte Lauch alles klar 22 noch dann haben wir die Schaft rein da ja gut was heißt Wasserproblem ne wir müssen halt ganz viele Schildkröten töten und dann gut ganz viel von dem Zeug halt aufstellen dann passt das schon finde halt mal viele Schildkröten und es muss halt auch regnen ne rot einfach nicht ach komm mal was komm mal hast du ja nicht gesagt es muss auch regnen Justin was tut's gerade Zufall? ich denke nicht ich hab magische Worte mein Freund ja nein es regnet nicht das waren die Wind das war die Wind nicht die Wasser von die Luft hier liegt auch einfach noch hier liegen auch einfach noch allein Baumstämme rum Lul hier liegt auch einfach noch nul hier liegt auch einfach noch ein einsamer Baumstamm ja ich hack mit einer Hand Rathos Da liegen überall so einsame Baumstämme rum. Bro. Ah, geht doch. Dein Charakter war grad verpackt. Dings, nein, wir können nur noch ein, äh, Holz mitnehmen. Den Rest müssen wir ja wieder hoch tragen. Du nimmst hier einen Wagen, ich nehm die zwei Holzstücke. Warum war mir klar, dass ich den Wagen nehme? Ja, weil ich schon losgerannt bin und du dumm da in der Ecke rumstehst. Welcher Idiot hat den Wagen hier geparkt? Ach, da kommt Leuchti. Guck mal, da ist ne Leuchte. Da ist ne Leuchte im Wald, guck mal, da ist ne Glühwürmchen, ein großes. Das ist weg, schade. Gut. Shreddy, dieser Wagen wird letztes den Brokal des Scheiß gesteuert. Ach echt? Liebe, mach den, ja fahr doch nicht übers Feuer. Alter. Hast du nicht erst Kamera? Doch. Da spiel ich extra in Zeitlupe ab nochmal. Nein. Schick mal dein nächstes Video. Acht. Holz. Acht. Holz. Vier Bäume. Ja, plus die Bank, ne? Da kommt die Leuchte. Da schreit schon wieder irgendwas. Ja, wie viel hält der bitte aus? Ja, 5, 2 und 8. Sollte mit einer Fuhre, sollte man das denke ich hinbekommen. Ja. Ja. Ich wollte grad sagen, vor sich zu Ende. Schliab leuchte. Warte, 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 warte. Schlag mal auf seinen Mund, dann kriegst du Zähne. Ja, ja, dann kriegst du Zähne, Junge, dann fahrt der Kopf ab. Ich bin doch nicht mit der Axt mit einem stumpfen Gegenstand. Egal. Ab ins Feuer mit dir. Guck mal, ich hab nicht geschafft anzufackeln, obwohl ich im Feuer dran stand. Ich bin einfach ein Hacker. Mhm. Ich hab ne Bombe. Noch besser. Noch besser. Oh, Frederik. Ja. Ach, der hat ne Kopfbombe. Soll ich mal werfen? Ja, nimm dir das komische Kackzeug. Deine Knochen oder was auch immer. Das komische Kackzeug. Hast du Baumharz? Wenn ja, bitte tu mal auf die beiden Lampen. Baumharz? Mhm. Wir brauchen 10 Baumharz noch. Einmal hier und einmal da hinten. Ich hab genau 10. Hier. Hier brauchen wir 5 und hier brauchen wir 5. Ja. Ich hab genau 10. Ihr pack drauf da. Hier wollte ich eigentlich für meinen Scheiß. Das juckt mich einen Scheiß, ob du das willst. Die sind so unnötig. Basis geht vor. Es muss hier auch alles schön aussehen. Wenn es nicht schön aussieht, will ich hier nicht wohnen. Mir tun die Leute leid, die das im Kopf herangucken und dann hören, wie ich esse. Also ich. Ich hab, ich hab, wir haben Headset an, Justin. Brauch bauen wir mal ne vernünftige Hütte. Das ist definitiv immer safe Copyright. Das ist ne vernünftige Hütte. Also sie ist für mich, ne? Hörst du's? Nein, ich hör's nicht. Ich geh jetzt Holz holen, da kenn ich gar nix. Ja, mal den Wagen voll machen. Justin, du kennst mich. Ich werd ja bis Ende des Projekts sowieso so ne riesige Base aufgebaut haben, wo wir durchfliegen, wo wir durch den Himmel laufen, um zu irgendwelchen Sachen zu kommen. Ah ja, Leute, was ich auch noch ansprechen wollte, bezüglich Streams von The Forest oder irgendwelchen anderen Projekten. Fortnite wird auf YouTube gestreamt, The Forest wird auf YouTube gestreamt und Minecraft Beta auf Twitch. Weil dann, weil Forest auf YouTube ist in Ordnung, weil da brauch ich keine Copyright Musik abspielen, weil hier muss man sich einfach konzentrieren und die Game Atmosphäre muss man hier auch einfach genießen, deswegen wird's dann hier nix geben. Aber Minecraft Beta wird halt aus Prinzip auf Twitch gestreamt, dass ich da auch Copyright Musik und alles laufen lassen kann. Bushido. Zum Beispiel. Ich find's immer auch krass, dass ich allein wegen dem Film dazu überreden konnte Bushido. Ne? Ah ja. Den Film muss ich noch mal gucken. Ich hab ewig nicht mehr geguckt. Ja, mach schnell, bevor Netflix auch da die Lizenzen verliert. Ey, ich hab kein Netflix. Ich guck mal den über im Tunnel. Ja, was? Wieso sollte Netflix da die Lizenzen verlieren? Ich hab keine Ahnung, kann doch passieren. Die haben von... Die haben von einem richtig... Die haben jetzt schon von richtig guten Animes die Lizenzen verloren. Die haben schon... Jetzt als nächstes verlieren sie Bleach. Also ich mein, du guckst eh keine Animes, aber trotzdem. Animes die Bleach fliegt raus. Ja, ja. Die haben auch schon Tokio Ghoul, haben sie auch schon geschafft zu verlieren. Tokio Ghoul ist aber wieder da. So, ich guck jetzt mal nach, welche Höhlen man als erstes in The Forest machen sollte. Diese Forest... Welche Höhlenreihenfolge? Höhlenreihenfolge. Höhlenreihenfolge. Die erste. Ja. Ja. Weißt du, was wir da gefunden haben? Ah ah. Karte. Da ist der Fundort der Karte in der Höhle, wo wir drin waren eben. Hm. Fundort Kartana und Fundort Daucherausrüstung. Die anderen Höhlen sind hier nicht drauf. Hm. Nicht mal die von der Moderna-Axt. Ah, keine Ahnung. Hab kein anderer Gefühl, gibt's keinen ordentlichen Guide. Ja. Ja. Ich hab Hunger. Dann is'n Snack. Ja. 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 Kannst du den Wagen schieben, ich hab Holz auf der Schulter. Ja. 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 Vielen Dank.